Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Philipp Öttel steigt in die Moto2 auf Urheberrecht, Getty Images Update, gute Nachrichten für Philipp Öttel, der deutsche Motorradpilot steigt in die Moto2-Klasse auf. Öttel wird dann nicht für das Team seines Vaters Peter fahren. Der deutsche Motorradpilot Philipp Öttel steigt 2019 von der Moto3-Klasse in die Moto2 auf und fährt dort künftig für den Rennstall Tech 3. Er gab das französische Team am Rande des MotoGP-Wochenendes in Spielberg bekannt. Öttels Teamkollege wird der Italiener Marco Bezzecki, der ebenfalls aus der kleinsten Klasse aufsteigt. In der Moto2 wird Öttel auch weiterhin auf einem Motorrad des österreichischen Herstellers KTM sitzen. Ich bin sehr glücklich, mit Tech 3 und KTM in die Moto2 aufzusteigen und dankbar, diesen Schritt gemeinsam mit KTM vollziehen zu können. Ich bin sicher, dass ich das bestmögliche Material und das richtige Umfeld haben werde, um einen guten Start zu haben, sagte Öttel, mit dem Wechsel zu Tech 3 endet Öttels Zusammenarbeit mit seinem Vater Peter, der Öttels aktuelles Team Schädel GP leitet. Der 22-Jährige fährt seit der Saison 2013 in der Motorrad-WM. In diesem Jahr hatte er Anfang Mai beim Rennen im spanischen Juarez seinen ersten Sieg gefeiert, von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF, 2020